Herzlich willkommen zur Predigt Erntedankfest 2020. Ich möchte mit uns einen passenden Text dazu lesen dürfen aus 5. Mose 26, die Verse 1 bis 11 und ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Ihr werdet nun in das Land gehen, das der Herr, euer Gott, euch schenkt. Ihr werdet es einnehmen und euch darin niederlassen. Wenn ihr dort eure Ernte einbringt, dann legt die ersten Früchte in einen Korb und kommt damit an den Ort, den der Herr, euer Gott, auswählen wird, um dort zu wohnen. Geht zum Priester, der gerade Dienst hat und sagt zu ihm, ich kann bezeugen, dass der Herr, dein Gott, Wort gehalten hat. Wir leben heute in dem verheißenen Land, wie er es unseren Vorfahren geschworen hat. Der Priester soll den Korb nehmen und ihn vor den Altar des Herrn, eures Gottes, stellen. Dann sollt ihr beten, Herr, unser Gott. Unser Stammvater war ein Aramäa, der umherzog und keine Heimat hatte. Er ging mit seiner Familie nach Ägypten und siedelte sich in diesem fremden Land an. Zu Anfang waren sie nur wenige, doch dann wurden sie ein großes und mächtiges Volk. Die Ägypter behandelten uns schlecht. Sie unterdrückten uns und zwangen uns zu harter Arbeit. Da schrien wir zu dir, dem Gott unserer Vorfahren, und du hast uns gehört. Du hast gesehen, wie sehr wir misshandelt wurden und litten. Mit starker Hand und großer Macht hast du uns befreit. Du hast unsere Feinde in Angst und Schrecken versetzt, große Wunder und gewaltige Taten vollbracht. Dann hast du uns hierher geführt und uns dieses Land gegeben, in dem es Milch und Honig im Überfluss gibt. Hier sind wir nun und bringen dir die ersten Früchte des Landes, das du, Herr, uns geschenkt hast. Legt die Früchte vor dem Herrn, eurem Gott, nieder und betet ihn an. Freut euch mit euren Familien an allen guten Gaben, die der Herr euch geschenkt hat. Ladet zu eurem Fest auch die Leviten und Ausländer ein, die bei euch leben. Soweit der Text aus 5. Mose 26. Das fünfte Buch Mose ist eine Sammlung von Predigten, die Mose gehalten hat über Gottes Gesetz. Und es gibt etliche Hinweise in diesem Buch, dass zumindest gerade auch die letzten Predigten kurz vor der Einnahme des Landes Kanaan gesprochen wurden von Mose. Und nun hier in diesem Text, den wir gerade gehört haben, geht es um eins von drei großen jüdischen Festen, dem Erntedankfest. 50 Tage nach Passa. Wir feiern als Christen das Fest Ostern zu dieser Zeit. 50 Tage nach dem Passa-Fest ist dieses jüdische Fest. Und das jüdische Fest Passa ist ja anlässlich des Auszugs aus Ägypten, aus der Sklaverei in die Freiheit mit dem Ziel, das Land Kanaan. Danach erst einmal 40 Jahre Wüstenwanderung. Nun, 50 Tage nach Passa ist das Erntedankfest. Der 50. Tag heißt auf Pentecostel. Da kommt das englische Pentecostel her und das eingedeutschte Pfingsten. Was für eine liebevolle Symbolik Gottes. Die Ausgießung des Heiligen Geistes Pfingsten fällt auf das Erntedankfest. Ein Fest der Freude. Ein Fest, weil die Ernte eingefahren ist. Es gibt Nahrung, die Lebenskraft gibt. Das wird gefeiert. Der Heilige Geist, der die Kraft gibt, das Evangelium in die Welt hinauszutragen. Gott ist ein Romantiker. Er wirbt um seine Braut, die Gemeinde, mit einer Liebeserklärung mehr, nämlich die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist am Erntedankfest. Das Erntedankfest ist eine Erinnerung, dass die Früchte eigentlich nur möglich sind, weil Gott das Land und die Freiheit geschenkt hat. Erntedankfest ist ein Aufruf zu Dankbarkeit. Und ein Ausdruck von Dankbarkeit ist, die ersten Früchte an Gott zu geben. Warum gerade die ersten Früchte? Weil es ein Zeichen größter Dankbarkeit und Liebe ist. So wie bei einer Hochzeitstorte am Hochzeitsfest, der Bräutigam das erste Stück natürlich dem Getränkelieferant geben könnte oder selbst essen könnte. Aber er gibt es hoffentlich der Braut, das erste Stück. Gottes Werben ist, eine innige, eine innigste Beziehung zu haben, wo das Erste ihm gegeben wird. Und so hat er auch damals den Wunsch an Kain gerichtet, dass er ihm die ersten Früchte an Gott gibt. Wir lesen in 1. Mose 4, Abfest 3. Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr zornig. Kain hat irgendwelche Früchte gegeben. Vielleicht nach dem Motto, die werden sowieso verbrannt. Oder er hat die ersten selbst gegessen. Mensch, bin ich gut. Was für leckere Früchte. Und Gott hat dieses Opfer nicht angenommen. Naja, es ist vielleicht doch etwas schwierig, mit Fallobst das Herz des Gegenüber zu gewinnen. Du kannst es ja einmal ausprobieren beim ersten Date mit Fallobst. Aber ich fürchte, es ist keine gute Idee. Ehrlich gesagt habe ich mich schon einmal selbst ertappt, dass ich beim Verteilen des Bratens am Mittagstisch zuerst an mich gedacht habe. Mensch, was für ein gutes Stück. Das würde auf dem Teller des Chefs der Familie doch gut aussehen. Ja, wenn der Egoismus größer ist als die Liebe zu meiner Partnerin oder den Kindern, dann behalte ich das Beste für mich. Vielleicht ein kleiner Selbsttest eher, wenn ich meine eigenen Rechte, was mein Partner mir schuldet, besser und schneller und zahlreicher aufzählen kann als die Gründe, die ich habe für meinen Partner. Ich glaube, dann darf ich in meiner Liebe noch eine Schippe drauflegen oder, um es in einem Bild auszudrücken, darf ich in den Ofen noch etwas Holz nachlegen. Es gibt übrigens einen Trick, wenn ein leckeres Stück Kuchen oder ein Braten auf zweigjährige Kinder verteilt werden muss, sodass es gerecht ist. Eines der Kinder darf den Kuchen oder den Braten durchschneiden und das andere Kind darf sich dann ein Teil aussuchen. Das führt erfahrungsgemäß zu einem hohen Grad an Gerechtigkeit, diese Regel. Aber eine Regel ist nur nötig, wenn die Liebe fehlt. Wenn fehlt diese Sehnsucht, den anderen höher zu schätzen als sich selbst. Gott geht mit der Liebeserklärung in Vorlage. Er opfert seinen ersten Sohn, nicht irgendeinen Engel. Er opfert seinen ersten Sohn und er gibt an Erntedank den Heiligen Geist. Gott geht mit seiner Liebe in Vorlage. Vielleicht sagen wir heute, welchen Bezug haben wir eigentlich noch zum Erntedankfest? Wofür sollen wir danken? Wofür sollen wir Gott danken? Der Bauer hat den Samen ausgesät. Der Bauer hat gedüngt. Er hat Schädlingsbekämpfungsmittel ausgestreut. Er hat gewässert, als die Sonne zu lange geschienen hat. Er hat geerntet. Er hat die Ernte zum Großmarkt gebracht. Der Händler hat das Gemüse oder das Obst vom Großmarkt abgeholt. Er hat es im Laden schön aufgestellt und dekoriert. Und ich habe es gekauft mit meinem Geld, das ich verdient habe. Wofür soll ich Gott eigentlich danken an Erntedankfest? Um es mit einem Lied der Rockgruppe Böse Onkels auszudrücken. Danke für nichts. Die Ernte ist eingefahren. Wofür, bitteschön, soll ich Gott eigentlich danken? Im Sozialismus in der DDR hat man diesen Gedanken konsequent zu Ende gedacht und hat schlicht das Erntedankfest umbenannt in Erntefest. Ohne Dank. Einfach Erntefest. Und hat die Parole rausgegeben, auch ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Kein Witz. Auch ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Erntefest. Wofür Gott danken? Ist es eine höfliche Floskel? Ist es einfach Tradition? Eine Legende? Ich möchte einmal drei Antwortversuche geben. Wofür Gott danken? Ich glaube erstens, es gibt Dinge, die liegen nicht in meiner Hand. In der Landwirtschaft war es früher regelmäßig so, dass Schädlinge da waren oder dass eine längere Trockenheit da waren. Aber auch heute noch kann die Landwirtschaft überrascht werden von einem plötzlichen Hagel, der große Teile der Ernte vernichten kann. Oder es gibt lange Hitzeperioden, wo selbst eine gute Bewässerung an ihre Grenzen kommt. Ich glaube, es gibt auch heute noch Dinge, die liegen nicht in meiner Hand. Und ich sehe einen Grund, Gott zu danken, der für mich sorgt. Als Pfadfinder wurde uns kürzlich unser Grundstückspachtvertrag gekündigt. Und ein Mitarbeiter vom Amt kam auf mich zu und sagte, wenn ich irgendetwas mitkriege, wo etwas frei wird, wenn ich irgendwas höre von der Stadt oder auch privat, dann komme ich auf sie zu. Das tut mir so leid, dass das hier endet für sie. Habe ich das in der Hand, dass das Amt mir wohlgesonnen ist? Nein, vielleicht bedingt. Aber letztlich habe ich das doch nicht in der Hand, dass jemand mir wohlgesonnen ist. Ich habe mit den Pfadfindern noch eine andere Erfahrung gemacht. Ich habe einen Antrag beim Amt gestellt und ein ranghoher Beamter sagte mir, also das, was Sie jetzt gerade versuchen, das haben schon einige andere versucht. Das ist unmöglich. Und dann wörtlich, wenn Sie das mit Gottes Hilfe schaffen, das sagte der dann, und das will ich gar nicht sagen, was er dann gesagt hat. Tatsache ist, einige Wochen später habe ich eine mündliche Zusage bekommen auf den Antrag, den ich gestellt habe. Und ich nehme das aus Gottes Hand. Es gibt Dinge, die liegen nicht in meiner Hand. Die liegen in Gottes Hand. Und ich habe Grund, dankbar zu sein. Ein Pastor erzählte mir von einem Immobilienkauf, wo Sie als Gemeinde bei der Bank um einen Kredit gefragt haben, mit wenig oder vielleicht sogar gar keinem Eigenkapital. Und es wurde Ihnen gesagt, dass es zwar geprüft wird, aber dass Sie wenig Chancen haben, den Kredit zu bekommen. Und kurz später war der Pastor überrascht, dass das Geld aus dem Kredit schon auf dem Konto war. Und ratzfatz haben Sie einen Notartermin gemacht und das Gebäude mit Grundstück gekauft. Kurz später kam ein Anruf von der Bank, dass leider ein Fehler passiert sei, ob das Geld noch da wäre. Es war schon ausgegeben. Der kam ziemlich ins Schwitzen und hat dann den Antrag schön rechnen müssen, um den Kredit irgendwie noch rechtfertigen zu können. Der Bank ist kein Schaden entstanden. Die Gemeinde gibt es heute noch. Ein Wunder. Es gibt Dinge, die liegen nicht in meiner Hand. Ich kann fleißig sein, wie ein guter Landwirt. Und ich glaube, Gott will auch, dass wir unseren Beitrag leisten. Aber seien wir ehrlich, oft reicht es eben nicht. Oft reicht es, aber oft reicht es eben nicht. Das sind Dinge, die liegen in Gottes Hand. Und dafür darf ich dankbar sein. Als ich die Bibelschulausbildung angefangen habe, hatte ich kein Geld für die Ausbildung. Und eine Großtante meldet sich bei mir und sagt, sie hat davon gehört und möchte mich monatlich finanziell unterstützen. Das hat sie Monat für Monat gemacht. Und als die Ausbildung zu Ende war, starb sie. Und das Erbe ging irgendwo an andere Verwandte. Habe ich das in der Hand? Nein. In der Pressekonferenz der DDR vom 9. November 1989 hat Günter Schabowski einen verhängnisvollen Fehler gemacht, indem er gesagt hat, die Grenzen sind ab sofort offen. Und es führte dazu, dass die Wiedervereinigung sehr zügig, friedlich möglich wurde. Es gibt Dinge, die liegen nicht in meiner Hand. Die sind in Gottes Hand und dafür darf ich dankbar sein. Und ich denke auch, das aktuelle Beispiel Corona zeigt, wir haben nicht alles in der Hand. Wir haben so viel erreicht. Wir können so viel untersuchen, nachvollziehen. Aber letztlich, es gibt so vieles, was wir gar nicht in der Hand haben. Erstens, wir haben nicht alles in der Hand. Zweitens, Wachstum kommt von Gott. Im 1. Korinther 3, Verse 6 bis 7 lesen wir von Paulus, der sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der für das Wachstum sorgt. Wachstum kommt von Gott. Paulus sagt, Wachstum kommt immer ursprünglich von Gott. Jedes Jahr, und jetzt ist es wieder soweit, beschneide ich meinen Kirschbaum oder meine Jungs helfen mir oder meine Mutter auch schon mal. Und nach dem Beschneiden sieht der Kirschbaum elendmickrig aus. Und das Jahr da drauf wird er wieder sehr groß. Und dann bekomme ich manchmal Lob. Was hast du für einen schönen Kirschbaum? Ja, den habe ich beschnitten. Aber habe ich das Wachstum gemacht? Nee, ich kann doch nicht Wachstum machen. Ich kann bestenfalls Wachstum ermöglichen. Und was ich besonders gut kann, ich kann Wachstum verhindern. Aber machen? Ich kann doch kein Wachstum machen. Paulus sagt, wichtig ist Gott, der für das Wachstum sorgt. Auf einer Konferenz wurde ein Pastor gefragt, wie machst du das, dass deine Gemeinde so wächst? Und dann sagte er, ich habe keine Ahnung. An uns liegt es nicht. Auch an unseren Konzepten nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir gewachsen sind. Als Kind war es so, dass wir als Familie mindestens einmal im Jahr meine Großeltern besucht haben. Und jedes Jahr dann das Gleiche klingeln an der Tür. Und die Großeltern machen auf. Und der Satz fällt Jahr für Jahr. Mensch, seid ihr Großworte. Ja, hat mich als Kind mit einem Stolz erfüllt. Ja, ich bin größer geworden. Ich habe es geschafft. Was für ein Quatsch. Ich habe doch nicht dazu beigetragen, dass ich größer geworden bin. Habe ich das Wachstum als Kind in mir gemacht? Nein. Vielleicht habe ich dazu beigetragen, indem ich morgens fünf Brezeln gegessen habe. Das schaffe ich heute nicht mehr. Aber habe ich das Wachstum in mir geschafft? Nein. Wachstum kommt von Gott. Gott ist der Schöpfer. Nur er kann etwas schaffen, das von sich aus wächst. Er, der das Leben eingehaucht hat. In 1. Mose 2, Vers 7. Da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Deswegen die Pfingsterfahrung an Erntedank. Gott haucht seinen Geist ein, der Wachstum schafft, der Kraft gibt, Zeuge zu sein. Es gibt Dinge, die habe ich nicht in der Hand. Wachstum kommt von Gott. Und drittens, alles kommt von Gott. Olympische Winterspiele 2002 in Salt Lake City. Der erfolgreichste Wintersportler aller Zeiten nimmt Abschied. Georg Hackel. Und die letzte Medaille, die er bekommt in Salt Lake City, fittet mit er aus Dankbarkeit seinem Vater. Hat sein Vater ihm geholfen? Nein. Er war zu dem Zeitpunkt sogar schon tot. Sein Vater war einige Wochen vorher gestorben. Aber Georg Hackel weiß, sein Vater hat ihm eigentlich das Leben geschenkt. Sein Vater hat immer an ihn geglaubt. Hackel Schorsch, wie er genannt wurde, hat aus Dankbarkeit, in Liebe, in Demut zu seinem Vater ihm die Medaille gewidmet. Weil er weiß, letztlich hat er alles oder zumindest menschlich gesehen sehr viel seinem Vater zu verdanken. Erntedankfest heißt, danke für die Ernte. Danke für den Weizen. Danke für den Wirsing. Das fällt manchen Kindern etwas schwer, da Danke zu sagen. Danke für den Wirsing. Danke für die Äpfel. Danke für Nüsse. Danke für verschiedene konkrete Dinge. Und so lesen wir in 5. Mose 26, Vers 11. Freut euch mit euren Familien an allen guten Gaben, die der Herr euch geschenkt hat. Erntedankfest ist ein Aufruf, eine Einladung zu Dankbarkeit, aber über die Dinge hinaus zur Dankbarkeit für Gott selbst. Vers 10. Hier sind wir nun und bringen dir die ersten Früchte des Landes. Dass du, Herr, uns geschenkt hast, leg die Früchte vor dem Herrn, eurem Gott, nieder und betet ihn an. Es geht um Dank an Gott als Person, ihm zu begegnen, ihn zu verehren, ihn anzubeten, der Gott, der uns alles geschenkt hat. Nicht nur den Weizen und die Äpfel. Und Mose verbindet hier in diesem Kapitel, in der Predigt, Erntedankfest und Passa. Und Mose erinnert das Volk daran, wo es herkommt, nämlich aus der Sklaverei, der Gebundenheit. Und wo es dann angekommen ist, in Kanaan, in der Freiheit und den Weg dahin durch die Wüste, mit vielen Wundern. Das Erntedankfest darf uns auch heute erinnern, wo ich herkomme. Aus Gebundenheit der Sünde, wo ich wäre ohne Gott heute. Und das Erntedankfest darf uns daran erinnern, wo ich jetzt schon angekommen bin, in der Freiheit des Geistes, bei allen Anfechtungen, bei aller Luft nach oben, aber wo ich jetzt schon angekommen bin und den Weg dahin, was schon alles hinter mir liegt, an Schleifen vielleicht, an Wiederholung, aber auch jetzt schon an Wachstum. Erntedankfest lädt uns ein, das Beste zu geben, nicht Fallobst. Das Beste zu geben, meine Sehnsüchte, meinen Zorn auch, meine Träume, mein Herz. Und so sagt Paulus in 2. Korinther 9, Vers 7, und ich schließe damit, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich formuliere es einmal um. Wer von Herzen, also wer fröhlich gibt, der liebt Gott. Und der kann von Gottes Liebe tief im Herzen erreicht werden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Aber es ist doch auch so, wer von Herzen fröhlich gibt, als Zeichen seiner Liebe, der liebt Gott. Und der kann Gottes Liebe annehmen, aufnehmen und im Herzen verstehen. Ich empfehle zum Schluss das Lied Danke von Joel Brandenstein und schließe mit einem Gebet. Gott, von dir kommt alles. Von dir kommt Wachstum. Von dir kommt Leben. Und ich weiß, es gibt so viel, das nicht in meiner Hand liegt. Es kommt aus deiner Hand. Ich möchte dir dafür danken. Für all das Gute. Und ich möchte dir danken. Für dich. Ich danke dir, dass ich dich kennenlernen darf. Ich danke dir, dass du mich gesucht hast. Amen. Ich möchte dir,